Vitamine in der Monatspackung, was du hier bekommst, sage ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen auf dem Muskelmacher Shop YouTube Kanal. Heute geht es um das Vitabolic, das ist ein klassisches Vitaminsupplement und immer wenn ich über Vitamine rede, über Multivitaminprodukte rede, kommt so die Frage, brauche ich das wirklich oder nehme ich schon all das, was darin enthalten ist, über meine tägliche Ernährung auf. Natürlich ist klar, über deine tägliche Ernährung nimmst du einen großen Teil an Vitaminen, an Mikronährstoffen auf, frisches Obst, frisches Gemüse, aber eben auch gutes Fleisch ist Lieferant von B-Vitaminen, das heißt im Umkehrschluss ein Veganer, ein Vegetarier oder Flexitarier, der sollte immer darauf achten, dass er auch ausreichend B-Vitamine aufnimmt, das ist nämlich in Fleisch enthalten, also ein ganz wichtiger Aspekt und genau hier hast du unter anderem das enthalten. Natürlich ist auch klar, wenn du einseitig dich ernährst, also beispielsweise auch phasenweise eine Diät machst, eine Anabole-Diät oder eine Ketogene-Diät, eine Low-Carb-Diät über mehrere Wochen und Monate, da muss einfach klar sein, können bestimmte Lücken in der Ernährung auftreten, um diese Lücken zu füllen, sind eben Vitamintabletten durchaus sinnvoll. Fangen wir direkt an mit dem Vitabolic, was ist hier enthalten, was bekommst du hier, 30 Tabletten sind enthalten für 30 Tage, das Ganze ist also eine Monatspackung, ich sage es auch ganz eindeutig, diese Packung ist noch nicht mal bis zur Hälfte voll, also 30 Tabletten, eine relativ große Dose, die ist maximal bis dahin voll. Was ist jetzt im Einzelnen enthalten, also du siehst es mit einem Blick, eine gesamte Bandbreite an Nährstoffen ist enthalten, was die Vitamine betrifft, von Vitamin A bis Z wie Zink, also ein Spurenelement, auch absolut sinnvolle Sachen, sowas wie Zink finde ich absolut sinnvoll, Vitamin D finde ich auch absolut sinnvoll, von April bis Oktober muss man es jetzt vielleicht nicht unbedingt nehmen, aber danach, beziehungsweise davor auf jeden Fall, ganz eindeutig, ansonsten der Fokus liegt auf den B-Vitamin und genau an der Stelle wird es interessant. Wofür sind die enthaltenen B-Vitamine wichtig? Natürlich klar für den Energiestoffwechsel, speziell für den Eiweißstoffwechsel, für die Proteinsynthese, ganz wichtig, also wer einen Mangel an B-Vitamin hat, der kann auch mit dem Eiweiß nicht entsprechend umgehen. Für wen ist das Vitabolic jetzt geeignet? Natürlich klar für all diejenigen, die Lücken in der Ernährung haben im Bereich der Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, für Vegetarier, für Veganer, einfach gut geeignet wegen den hochdosierten B-Vitaminen und natürlich ganz klar, weil es eben kein Kapselprodukt ist, sondern ein Tablettenprodukt, also keine Angst vor der bösen Gelatine-Kapsel des Dinges, rein vegan sei dazu gesagt. Das war es dann von mir an der Stelle. Bestellen kannst du es dir natürlich im muskelmachershop.de. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, viele Grüße, dein Simon. Wir sehen uns im nächsten Video.